3, 2, 1, raus! Zwar fast synchron. Aber nur fast. Ey, wir werden wahrscheinlich da bei Brucklanden müssen. Oder wir fliegen rechts neben uns noch zwei. Die fliegen genau in die Richtung. Oder wir fliegen noch mehr, dann fliegen wir weiter links. Aber wir fliegen auch hier. Ja, okay, das machen wir jetzt halt. Wir fliegen jetzt da weiter hin. Vielleicht steht da sogar Auto, dann fliegen wir. Ja, fahr mal weiter, aber auf hier. Ich schau mal ein bissel da weiter unten hin, okay? Ich wär so bei der Bruck eher. Ich glaub das Auto. Ja, ich seks, ich seks. Fliegen wir da gleich hin. Aber der andere Typ fliegt da hin. Scheiße, die holen sich alle das Auto, oder? Die holen sich alle das Auto hin. Alex hol dir das Auto. Nein. Nein. Alex! Fick dich! Warte, 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 warte. Überfahren! Na! Okay. Bist du drin? Nein, 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 nein. Jetzt nicht. Die andere ist jetzt auch drin! Da ist noch jemand drin, da ist noch jemand drin. Das ist nicht für uns, Alter. Fahr einfach, fahr einfach, geh mal mit Gas. Wer ist das? Okay, meine Tante ruf, wir gehen an die anderen, oder? Hä, was ist mit dir los? Tante, was ist das? Ich hab keine Ahnung! Bleib mal kurz stehen, bleib mal kurz stehen! Wer bist du? Hallo? Ja, dort chillt einer! Fuck! Was ist los mit dir? Redt ihr mit dir, oder was? Nein! Wir sind mit dem Fallschirm, die gönnen wir uns, oder? Die wir fahr jetzt nicht. Wen? Hangen wir da vorne mit dem Fallschirm. Alex, was wir jetzt da machen müssen, du holst dann mal ganz kurz, lass mich raus springen und dann, äh, also, wo immer wir dann auch halten. Am besten bei Rosjok. Bei Rosjok, bei Rosjok. Ja. Und dann zure ich mir eine Waffe und du fährst ja weit weiter im Kreis. Und dann bleibst du wieder stehen, und wenn du dann aussteckt, dann knall ich den Lob, okay? Ja, da müssen wir irgendwo heißer sein. Aber du musst dann sofort weiterfahren nachdem wir draußen bin, okay? Okay, vom Leser... Okay, du musst dann... Also, ich springe auch kurz raus. Ach du mal, warte mal. Ich sag's mal, wenn du stehen bleibst. Okay. Fast, weiter. Nice, Alter. Einfach Gas. Einfach voll Gas. Ich hab bis jetzt noch nix, Alter. Einfach weiterfahren, einfach weiterfahren, Alex. Ja, ich bin bereit. Was ist denn das? Hast du schon was? Es reicht da ein Pistel, gell? Ja, ich hab nix. Ich hab ein Sichel. Ja, na... Ihr reicht nicht. Einfach weiterfahren. Ja, nimmst du mit dem Tank. Vor allem dann können wir einfach das Motorrad annehmen, Alter. Ja, warte mal. Fahr einfach weiter. Ich hab noch nix, Alter. In dem Haus war nix. Was ist denn das schon wieder? Der sitzt aber da drin, oder? Ja, der tilt da. Warte mal, ich hab ein Schöpfchen. Warte. Dann chill doch mal. Ich muss nur noch landen, ich muss nur noch landen. Warte mal. Okay. Jetzt bleib stehen. Also doch bei mir, bei mir, bei mir. Okay. Warte, nix. Oh. Putze. Was ist denn das, Alter? Wie geil war das? Was ist das? Wir werden nicht so wieder rein!